Was geht meine Freunde? Willkommen zu einer Weiterfahrt von Warboard Roller Derby Disco Dodgeball. Das ist das Air Raid. Wir müssen hier... Wir haben hier den Homing Dodgeball und können mit Jetpack... Müssen wir auf jeden Fall... Wir müssen mit RKO's machen, du Trottel. Kraft das doch mal. Und du kannst... Du hast hier einfach so ein Zielschild, weißt du? Und die können dich halt auch hier töten. Es ist halt immer noch eine Challenge. Das ist gar nicht so schwer, dich zu treffen, wenn man eh so ein Anvisier-Ding hat. Ja, ja ist es auch nicht. Aber die können dich halt wie gesagt auch töten. Bastard. Das heißt, wenn man die nicht in der Luft trifft, dann zählt es nicht, oder was? Ja, zählt es auch nicht. Mann. Die Map ist auch richtig scheiße für eigentlich für das Ding. Das ist glaube ich die beschissenste Map, wo man eigentlich... Das ist die schissenste... LOL, ich hab die getroffen! Ich hab einfach ins Nichts geworfen! Junge, die Map ist scheiße, Alter. Ich hab keinen Bock auf die, Alter. Komplett scheiße. Mann, was machst du da? Du! Die ist scheiße, die Map. Neustart. Mann, was ist denn das für eine Gammel-Map? Wir haben Potter! Was, der Fang gibt's ne... Ja, weg! Boah, wie dieser Luigi abgeht. Ne, ich bleib jetzt hier. Junge, die Map ist scheiße, Alter. Die ist komplett für'n Arsch! Halt zum Maul. Du brauchst gar nichts sagen. Du willst nur fett sagen eigentlich. Ha, dank! Boah, ist ja gar nichts da. Das sind 1000 Punkte, ich hab nur 600. Ja und, die Map ist trotzdem beschissen. Nein! Die ist scheiße für diese... für sowas. Hallo, lass auf! Nein! Lass doch auf! Das ist glaub ich perfekt. Ja, die ist komplett nice. Ja. Ja. Ey, wieso krieg ich Assists? Hab ich vorhin auch mal gehabt. Hab ich vorhin auch bekommen. Ja. Ja. Ja, toll. Bastard, locker. Ey, Joker, äh, nicht Internet. Ne, Taschenwelt ist gestrichen. Nein! Ja, Strike, come on, Alter. Ich und Joker bumsen. Mann! Wir bumsen die Szene. Oh Mann, Jociner Mann. Hä, das war doch mit der... Tja, Jokern schreit nicht. Tja, Jokern schreit nicht. Hack! Ja, Brooks hackt. Ich hab Brooks getötet, also hacken kann er nicht. Dann ist er wohl scheiße im Hacken. Ja. Ja. Tja, Klaus. Guck mal, warum die Bälle einfach nicht auf einem wieder zurück. Loll! Komm, catch! Joko, das bringt nichts, wenn du es nicht mit Air machst, du Schuss. Komm nur her! Kann man auch mit Air catchen oder was? Ja, klar kannst du das. Ja, ich mein, das zählt dann auch, oder was? Ja, ich mein, das zählt dann auch, oder was? Ja, das zählt. Klar zählt das mit Air K.O. Das war's mit dem Bart. Ja, an sich ist der Modus eigentlich auch ganz cool. Aber selbst wenn es am Boden nicht beim Kettchen bringt die trotzdem nicht. Das bringt keine Punkte, man rafft das doch mal. Nein, nein, sag ich doch gar nicht, aber dann sterbe ich wenigstens nicht. Du bringst sie trotzdem so gesehen was. Ja, schon. Lieber das, als dass ich dann wieder umsterb. Ja, du kannst die eigentlich richtig ownen, Alter. Der ist nett. Ja, die ist kommend gammelig. Ja, du kannst die alle ownen, weil wieder so wenig Platz ist. Kannst du so richtig ficken. Oh, die können dich bumsen. Ja, weil die halt einfach keinen Ball bekommt, weil die Bastarde die immer haben. Natürlich war dann Pfosten im Weg. Ja, Pfosten. Komm her. Komm, Dave. Gib mir den Ball, du Bastard. Betroffen? Ja, natürlich. Man kann doch auf dieser Map genauso wenig machen. Die ist scheiße, Alter. Das ist komplett un... Die passt einfach gar nicht in den Spiel rein. Zumindest nicht zu diesem Kack-Modus hier. Der passt einfach gar nicht rein. Ich krieg keine Punkte, weil ich keine Bälle bekomme. Und die Gegner sind jedes Mal so weg, dass man die gar nicht treffen kann. Ich kriege keine Punkte. Alter! Ninja! ein ninja alter auch lange nimmer gemacht man der alec ist so ein lakker bastard ich habe wieder ins nichts geschossen und habe guck mal dieser luigi guck mal joker du bist so richtig kacke halt ja die map ist ja auch komplett scheiße du hast 30 punkte weniger ist was willst du eigentlich hier die map ist scheiße ja guck mal die taten ja davis und was sagt man ich hab den gefangen du dreckiger lakker sohn ja 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 uns jetzt der ball hin natürlich kommt von überall irgendwo ein ball von jungen die können die auch mal sterben jetzt ohne witz ich bin doch ganz halt auf den drauf ja genau deflekte der lakker gerade dank feil lief jetzt naja ne 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 most kids was los durch ja die map ist auch scheiße wenn du keine ja ohne ball ist es nicht leicht zufällig bälle warum klaus zu meinem ball du fotze lächerlich wer auch immer vor mir war welcher hohen sohn ich dachte ich werde wieder beschuldigt mit duchbekannten kann ich mir vorstellen dass du das warst ja auch immer ich noch mal stehen traurten die drohung durch einen anderen gezielten mal hier doch kann sein bekannter ist ja ist hier im team Ali kleine Ali alter von ihm und so gut kraft ist sind der Mann der bei mir seine Eltern schon gelohnt ist großartig sieben abzüglich so ich habe in die Bestätigung wo er war ein paar andere an die Wurzelwagen sagt ja meine Mutter die ist halt die besten zählen zu gehen ne war wirklich so der zu mir selber gesagt ist gelobt noch wollen wir haben das war ein Wert noch mal drüber an die meisten Blumen LR der Bruder ist selber es ist wirklich ich bin Prozent zu gehen der Scherz schon zockt ja auch nur mein Kopf und zu tun und schließt die ja also das ist schon ein bisschen verstehen wenn er umbrüllen wenn sie es gab an mein Kopf zu sein aber wohl schon sollte jetzt bei meinem Kopf zu sagen aber auch die haben du hast recht dreht Welt nach wie zu schluss auf die Hälfte auf die mehr gemacht das ist die Hälfte aber nicht gezielt obwohl ich in der Luft bin getroffen genau Ali ist besser wie ich alter ja toll Ali ist er hat einen Mann schau mal an der hatte wie 8 Nötz genau fast genau so viel wie du feier Was für Achmed? Der hat 8 Kills, der Ali. Und er hat sogar weniger als ich. Was für Achmed, Alter? Ali! Ja, Ali, weiß ich. Du hast gerade irgendwas mit 8. Ich hab gesagt 8. 8 gehabt. Hier muss man die weg. Ja, Hackerlacker. Komm her, gib her, du Bastard. Hier ficken wir die jetzt. Ja, wie denn, wenn du meinen Ball Klaus feier? Junge, ich hab keinen Ball, Mann. Ich will jetzt endlich einen Ball. Könnt ihr mal aufhören, meine Kills zu klauen? Wäre nett. Kriegt man einen Assist, wenn man jemanden trifft, der kurz danach geschorben ist oder so? Und wenn ich jetzt mal wieder einen trifft, den Joker auch trifft und aber Joker tötet ihn, dann ist meiner quasi der Assist. Nein, wenn ich den Ball zuschieße, dann ist das... LOL, was war denn das für ein Ball? Boah, das ist schon besser wie CUD, Alter. Ninja! Denk, Alter. Böse! Böse! Junge, Alter. Junge, die noch im Sinne klauen. Junge, wir gehen richtig rein, weil mir geht jeder Schuss rein. Junge, wir geht jeder Schuss rein. Junge, wir geht jeder Schuss rein. Junge, wir gehen richtig rein. Jeder Schuss. Jeder Schuss. Oh, Multi-Kill. Hab ich auch schon gehabt. Junge, ich hab 4000 Punkte. 120 Kills, Alter. Geht mit dir. So viele Bälle hab ich nicht mehr gehabt. Guck mal, schon wieder ein Ninja getroffen. 4400. Alter. Hättet ihr mehr gemacht, dann wären wir vielleicht hier sogar Top 1. Ne? 8600, so, das war's, tschüss. Dein Ernst? Ja, komm. Geht doch erst mal für die Spiele. Ja, weil, hier, guck mal, die Map kannst du vergessen, Digga. Ja, wenn ihr Ball schaust, sowieso. Fällt der Maul, Alter. Ich kann den Ball nie als erstes kriegen, weil ich das Gammel-Internet hab. Deswegen bin ich immer den Ball als letztes. Ja, das ist auch neulich unbeschädigbar. Okay, bis jetzt ging wieder jeder Ball rein. Bei mir auch, aber ich hatte erst einen Ball. Kannst du dich bei Marcel damals beschweren? Ja, guck mal, ich hab schon tausend Punkte, Remco. Nur so viele Bälle, wie du krieg ich in die Mauer. Ey, Remco, du musst mal so bei 1 und 1 auf uns. Und, äh, welchen Anbieter hast du? Telekom. Also, niemals Telekom, weil ihr wisst ja, warum, ihr seht, Remco. Du musst ja so bei Telekom anrufen, so, was soll das? Mein, kleinen Unterschied. Können Sie da an sich schon machen, wenn ich Wechsel aber... Wo ich jetzt Telekom oder 1 und 1 hab? Wir haben gar die Unity Media. Ja, auf keinen Fall 1 und 1, Alter. Unity Media Best. Nur ist Scheiße mit den Hotlines. Was? Was ist Scheiße? Die Hotlines. Wir haben anrufen, wir haben gemeint, ja, nur eine Stunde muss das gut sein, da muss das Internet gehen und so alles. Immer noch nicht. Wir haben sich also noch nicht tun und kümmert am Vater an Fehler bei denen. Wo ist, hier habe ich jetzt gerade in der Heimdust, kein Ball in der Sonne. Komm, jetzt die Perlen, weil du passt. Ich habe ihn in der Kette gewonnen. Boah. Ich habe sie wieder spielst. Hätte ich auch mal an den Ball gehabt. Das ist mein Team Red, das ist schwer. Let's play Mario. Ich meine, ahem, let's play Mario. Mario. Hey, also ob ich nicht Mario. Let's play Mario. Willkommen zu, let's play Super Mario. Mario. Wer wird zu mir denn Ketch? Ketch. Ketch. Oh, das war ein böser Ball. Komm, bist du erst. Leeroy! Leeroy! Ketch. 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 Ha, mit der Ketch, du Fotze. Hä? Okay, Ketch zählt überhaupt allgemein gar nicht als Kau. Was? Ketch zählt scheinbar gar nicht. Egal welcher Ketch, ich hab mit der Ketch gemacht, es hat nicht gezählt. Ketch. Aber sie ist draußen gestorben, oder? Ne, wenn ich nicht, aber ich krieg halt keine Punkte dafür. Schau, dass man hier keinen Bulldozer macht. Ha, ich hab Jokersball gecatcht. Ketch. Ich hab einen Flying Squirrel. Junge, ihr könnt ihr immer aufhören, alle Bälle zu klauen, ihr Fotzen, Bastarde, Mann. Ich hab seit einer halben Stunde keinen Ball, Alter. Selber Schuld, such dir ein. Ja, und wenn ich einen hab, dann klauen sie mir und ich bin tot. Oh. Oh. Tja, der hat mir den Ballzeug geklaut, aber ich bin nicht gestorben. Best Player, Alter. Ja, weil du auch noch alle Bälle closed. Ja, 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 jetzt nicht hier schuld. Ja, ja, ja. Ja, die alte Leihe, ja. Wieder locker eine Minute, kein Ball, Alter. Ja, 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 ja. Wir werden wieder die alten Kamellen hier ausgegraben, hier. Komm, laber nicht, ey. Wir werden die alten Geschichten hier ausgegraben. Oh, nett, diese Map. Ich hab doch geklaut selber die... Das willst du überhaupt nicht sagen. Ah, genießt dumm, professionell. Ich bin unseriös. Ihr seid doch keine Menschen. Guck mal, wie sie jetzt feiern. Ich hab doch nicht nur die Bälle, sondern auch Kills. Nur so Fetzel geworben. Knoll Andy. Ja, genau. Da schon die Hälfte. Knoll. Wie fühlt sich an Joker? Kills, Kills zu machen. Kills zu machen. Kills zu klauen. Knoll. 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 Hau mal, halt dein Maul halt, glaub ich geh. Okay, tschüss. Guck mal, der pottert schon mehr. Exit. Spiel es aus, dass du was. Ich kommentiere auf mich immer. Ha, catch. Feier regt sich auf über Unprofessionalität. Die Map ist auch behindert, Mann, die ist scheiße. Feier regt sich über Unprofessionalität auf, aber haute mitten im Part ab. Ja, und? Ich bleib nicht auf den Tieren. Ja, die Map ist vorbei, komm. Nö. Jetzt brauch ich den einen Sound wieder, weiß noch, Remco so mit Andreas im Supermarkt. Ja, nee. 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 Ja, bei Graus, Zoll und Joker mal wieder. Ja. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, das. Ja, ja. Ja. Ja, das, was ist, was ist das? Ja, man darf schon mit einem, mit einem Kill fast drei Mal so viel Skolkert feieren. 100 Punkt 100 100 100 100 100 100 100 Ah okay Die Kamera will nur mit dem Boden anbogen haben Guck mal der bot halt schon ich hab schon wieder fast 2000 punkte ja wenigstens hab ich keine 100 punkte ich brauch noch 100 punkte komm feuer gib mir deinen punkt dann hab ich 2000 das hat auch gelieft schon längst jetzt hätte er mir 100 punkte geben müssen ich hab eh schon mal 2000 hätte ich noch 100 punkte hätte ich die 1000 gehabt ja siehst du hättest du feier's punkte geholt gib mir deine punkte feier guck mal wir bumsen die jetzt hier guck vorhin die alle so die haben nix gemacht mehr punkte als Remco und jetzt hat der Hund guck mal jetzt hast du schon doppelt so viel wie ihre Feier und er vorhin so ja guck mal nix gemacht mehr als Remco und er hat dann 100 punkte mit einem kill und auf diese map geht man richtig ab weil die einfach sick ist so oder wir wollen mal ein ball mann herz ob ich die nicht getroffen hab ich hab grad einen danken gemacht der muss liefen der ist doch schon gelieft hm 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 da kommen wir jetzt extra noch mal rein dann da kommen wir jetzt extra noch mal rein dann guck mal hier geht's richtig rein alter bei mir aber gar nicht eigentlich ja jetzt auf einmal wobei jetzt schon wieder oh jetzt geht's brich dich ab ja ein ein m 근데 zu früh in zwei Tagen dann schild weg ja bei mir auch Komm 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 Bom Ja mit der Cash zählt halt nicht Aber trotzdem 6000 Hätten wir noch die 100 Dann hätten wir 6300 Nein, ich wundere Ah Junge, Alter, der hat halt wirklich 100 Punkte gehabt Hätten wir 5 Punkte gehabt, dann... Der ist eh bestimmt noch im Discord locker, oder? Also auch unseren Channel nicht Ich weiß nicht, ob er noch da ist Nee, der ist ganz runter Auch gar nicht in den Kacken rein Hä? Auch nicht in den Kacken rauf Nee, bei uns auf jeden Fall nicht Weiß noch, bei seinem... Der ist bestimmt allein auf seinem... Nee Ich hab jetzt schon 3-fache von Fire Ich hab 100... Oh, die Map ist auch richtig gammelig hier Ich nenne nicht Fire Ich hab ne 100 Guck mal, beide Clouds passt Ja, was ist denn das für ne Scheiß-Map eigentlich hier? Ich hasste die voll Ja Ist richtig beschissen Da geht gar nichts rein in der Map Ich hab 2 Kills Komm Ja, trotzdem hast du mehr als Fire Ja, wo kommt der jetzt her? Ja, gerade erst vom Spawn schon tot, der Typ Mehr Ball 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 Ah Na aber gut Selbst die Bots sind besser als Fire Also die könnten sogar sein Die könnten sogar Fire auslaufen Wenn du vor der Bots schreibst in den Chat Ah, 100 Punkte Ja Ja 100 Punkte, wie schafft man das? Wie kriegt man das denn hin? 100 Punkte Ich hab jetzt schon mehr Ich hab jetzt schon mehr Ich hab jetzt schon mehr Ich hab jetzt schon wieder mehr Ich hab jetzt schon wieder mehr Mit einem Schuss hab ich schon mehr Wie kickt man denn 100 Punkte hin? Da muss man ja richtig Ich sag jetzt, man muss ja nicht mal gut zielen Man muss einfach nur Allen so grob Man muss einfach nur ab Man muss einfach nur abdrücken Im richtigen Moment ungefähr Grob dahin Grob dahin zielen Weil man trifft ja teilweise auch noch Auf an meiner Wende gar nicht so Weil der Ball den so endlos lang verfolgt Das sieht man schon so richtig witzig aus Weil der Typ so wegläuft Der Ball verfolgt ihn so die ganze Zeit Weil man kriegst noch den Kiel dafür Aber die Map ist auch kacke eigentlich für den Modus Ja, ich hab nur 100 Spaß Ja, ich feier Hä? Nur dann, wir sind die grad nicht mal Ich hab nur gecatcht, du Bastard Das soll Mist Komm her Kann jemand einen Assist bekommen? Nee Oh, nice Airstrike Aber hier schlägt schon wieder so die Müdigkeit wieder ein Da merkt man schon wieder direkt Müdigkeit, alter Geh glaub ich auch gleich pennen, alter Lang genug wach gewesen Also 24 Stunden schon Muschi, stimmt's? Ne Ich feiere mir zu sagen Muschi Der war ja 3 Tage wach So wie letztes Ich war 3 Tage wach Nein Wie lang war der wach? 40 Stunden? Oder wie lang war der? Der meinte doch der wird 34 Stunden wach oder so Oder? Sowas kann ja sogar noch sein Ja, aber der meinte so Ja, ich bin schon seit 36 Stunden wach Ich würde sagen, das ist die letzte Runde, oder? Jo Vor allem das letzte Mal, als wir so durchgemacht haben Guck mal, ich hab 100 Punkte Weißt du, als wir das letzte Mal als 4-3 so mit Masterman durchgemacht haben Und Feier meint so Ja, easy Ja, Feier easy so ganze Zeit Aber es ist der erste der Fan gegangen ist Und ich war glaube ich sogar hinter Sogar am längsten war Obwohl ich am nächsten Tag eh Also wohl meine Ferien eh schon vorbei waren Ihr musstet alle so wieder in Rhythmus kommen wegen Ferien Man, wir waren die schon seit einer Woche vorbei Und ich hab einfach mitgemacht Ja, weil du bescheuert, was dir wärst Und hab trotzdem länger durchgehalten als Feier Ja, ich hab auch nicht lang durchgehalten Feier hat um 6 Uhr oder so Das ist ja glaube ich schon gegangen oder mit Ja, 7, 7, 7 Der macht Nacht durch, ja Und ich geh schon um 7 Uhr früh pennen Tschüss Aber ich war glaube ich schon so bis 1 oder so wach, ne? Ja, ich glaub schon Ja, aber da war ich auch richtig totenmüde, Alter Ich weiß nicht, warum ich's nicht ausgehalten hab Dann am Nachmittag hab ich irgendwann mal 2 Stunden gepennt Dann war ich irgendwie wieder hellwach Und dann war ich wieder bis 2 Uhr nachts wach Ich war so richtig dumm, da war ich eigentlich so grad zum Rhythmus drin Und dann bin ich trotzdem noch bis 2 Uhr nachts wach geblieben Und ich bin halt mittags irgendwie, so hab ich mich kurz hingelegt Hab ich 2 Stunden gepennt, aber auch nur so halb schlaf Aber danach war ich halt irgendwie wieder richtig fit Ja, was drück ich denn eigentlich grad Bei mir geht jeder Schuss wieder rein, Alter 100 Punkte? Ja, ich hab nur 100 Punkte Boah, stehe vor Feier schreibt so Ja, bei mir geht jeder Schuss rein 100 Punkte Und dann drückt man so tap und zieht so 100 Punkte Ich würd mir so in Arsch ablachen Also, ey, Digga, geht bei euch auch grad alles rein Und dann so 100 Punkte So, aber ich würd sagen, das war's, tschüss Das ging aber wieder hier ordentlich rein, Alter 2700 Punkte, Alter Ja, mir ging das auch richtig rein Hätte ich 100 noch gehabt Und dann hätten wir 4400 So, das war's, tschüss Ciao